Bühnen, Rauchen und Trinken sind glaube ich meine grössten Süchte. Und Nähe und Zuneigung ist glaube ich fast die grösste. In Streit rutscht mir eigentlich immer Sachen raus, die ich später bereue. Ich bin ein bisschen in Hitzkopf in diesen Situationen und meine es dann eigentlich. Also in diesem Moment meine ich es so, aber eigentlich nicht. Mich macht es ziemlich alles hässig am Morgen. Vor allem wenn mich überwegt, ich komme voll nicht klar auf das. Wir haben wirklich oft ernster Streit in der Band wegen dem. Weil gewisse sind halt voll am Start, stehen so auf. Hey, nein, nein, nein. Die beste Erfindung überhaupt ist das Rad. Und du tanzt wie ein Pferd. Und du nur daneben stehst und dir oft überlegst, wie du gern wärst oder wär. Und ich wäre auf jeden Fall die Eltern und die anderen Kinder. Auf jeden Fall. Und Guran wäre das fieseste Kind, den müsste man einsperren. Max hätte völlig einen Klatsch, würde die ganze Zeit lernen. Ein bisschen Nerven. Janos wäre das Lieblingskind glaube ich. Und das wäre, wenn wir als Band eine Familie wären. Mein größter Glücklichmacher ist, wenn der DJ Real Madrid ein Set macht. Ich finde das der geilste DJ auf der ganzen Welt. Und er leitet eigentlich nur einen geilen Scheiss aus. DJ Real Madrid. DJ Real Madrid. Ich liebe dich.